Schneiden, hier ein bisschen kuscheln. Ich kuschel gerne. Hi Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit der liebe Johanna vom Kanal PiuVie. Sie auf jeden Fall mal besuchen, verlinke ich in der Infobox und am Ende des Videos. Und endlich haben wir sie mal auf meinem Kanal, denn wir haben immer noch korporiert zusammen, aber noch nie ein Video zusammen richtig drehen können. Und jetzt ist sie endlich mal bei mir. Und wir schaffen es jetzt mal. Und wir machen heute die Blindschminken Challenge. Scheiße so? Nein, doch. Ohne Spiegel, oder? Die Blindschminken Challenge gibt es bei mir auf dem Kanal. Genau, so. Und wir machen jetzt die No-Mirror Challenge, oder? Ja, also ohne Spiegel. Ohne Spiegel müssen wir uns jetzt schminken. Und wir haben uns gesagt, wir machen noch einen Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher. Damit das Video auch nicht so lang ist. Genau. Und machen das mit einem 5-Minuten-Timer. Genau. Hast du einen Timer? Ich habe einen Timer. Okay. Ich muss erst mal meine Brüder auszuhören, dafür, dass wir so wenig machen. Das stimmt schon. Aber wir treiben. Drei. Ganz kurzer Einwand. Wir haben uns jetzt doch entschieden, dass wir nur 3 Minuten machen. Weil 5 sind so lang, weil wir so wenig Schminke haben. Weil wir keine Beauty-Youtuber sind. Zumindest tun wir immer so. Wir werden es, aber wir sind es nicht. Wir sind es eigentlich nicht. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. Ich fang an mit Concealer von Manhattan Wake-Up Concealer. Ich mit dem Concealer von Maybelline Fit Me. Achso, Leute, auch wenn ich jetzt in den Bildschirmen versuche zu gucken. Sie erkennt nichts. Ich erkenne nichts. Ich habe keinen Punkt. Das ist jetzt nämlich von NYX, McFinish und meinem Beauty-Dingsbums-Kacka. Ein Mauerwurf. Ein Mauerwurf. Ein Mauerwurf? Dieses Banana-Forder von Revato Lupiano ist übelst geil. Ich liebe das. Das werde ich mir auf jeden Fall schon mal nachkaufen. Das ist so cool. So. Und damit ihr auch seht, wie scheiße ich mich schmink, nehme ich nochmal kurz einen dunkleren Augenbrauenstift. So. Und als nächstes nehme ich mir mal noch... Oh Gott, es ist so scheiße, Augenbrauen zu schminken, ohne sich zu sehen. Kajal? Zeit von Manhattan. Ich würde sagen, wir verlinken alle Produkte unten, oder? Ja. Ich schreibe es jetzt zumindest irgendwie unten auf. Au, volles Auge! Warum geht es mir nicht kurz auf den Puder auch krachen? Das wird voll schön. Achso, ich habe ja meinen Puder vergessen. Ist übrigens auch von Manhattan. Wir tun jetzt einfach so, als hätte ich nicht lange haben, wenn wir noch... Ach, noch eine Minute zehn. Nein! Das ist schon ganz sehr öfter rum. Wir haben noch gar nicht gemacht. Okay. Ah! Oh nein! Nein, ich habe jetzt einen Lipp-Fürpfe in Baduschen. Nee, ich ziehe jetzt einen Eyeliner übrigens. Oh, den habe ich vergessen. Nein! Achso, du bist so scheiße blind. Scheiße. Ich suche immer irgendwas, wo ich mich drin sehen kann. Ja. Scheiße. Aber guckst du dich etwa an? Ja, ich musste. Du warst so konzentriert. Aber sie sieht gut aus. Ich habe ja noch kein Eyeliner aufgetragen. Aber stimmt, wenn man ein Tusch, das geht eigentlich, ne? Kriegt man eigentlich gute. Ja, jetzt kannst du mich anschauen, wenn ich auswachen. Ich habe mir so irgendeine Eyeliner besogen. Also, das ist eigentlich wie ich dachte, wenn du ordentlich getroffen hätte. Okay, jetzt kommt nämlich Ruch. Der ist übel kaputt gegangen, ey. Oh, ich kann kotzen. Der mag ich übelst gern. Nein! Ich habe noch nicht meinen Lippenstift. Ich bin fertig. Genau mit dem. Oder? Du hast das auch? Mhm. Gerade eben? Gerade auch? Fertig gewesen. Das habe ich nicht. Wimperntusche? Ich habe... Das habe ich nicht. ...trakt ich jetzt mal noch auf круг. Das ist nicht so schlecht, ne? Also der ist ja richtig gut. Der ist sogar besser, als wenn du das ordentlich mit Spiegel machst. Ich bin nicht scharf. Oh, jetzt bin ich scharf. Oh, ich bin scharf jetzt. Okay. Okay. Okay, also der Ring ist bei mir halt scheiße. Aber ansonsten, meine Augenbrauen... Bei mir voll gut. Also die Szene... Oh, okay. Also die geht eigentlich ganz so... Oh Gott. Oh Gott. Was hab ich denn gegessen, dass es so aussehe? Man sieht einfach null, dass du fällgeschminkt bist, ne? In Fotos sieht man das überhaupt nicht so gut. Ich will auch ein Selfie. Okay, wir machen einfach zusammen. Ich will auch jetzt mal... Das müssen wir ja noch... Hallo, ist der Schal? Was sieht so gut aus? Ich würde mich so lieb. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es ist gefallen. Also es ist jetzt eigentlich auch nicht so lang geworden. Dadurch, dass wir auf 3 Minuten verkürzt haben. Finde ich gut. Ja, shoppt auf jeden Fall bei Johanna vorbei. Ihr Videos verlinkt ist unten oder ihren Kanal auch direkt. Und da. In dem i. Ja. Okay, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020